Marco Mendig ist ein slowenischer Schauspieler. Biografie Marco Mendig wurde in der damaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien geboren. Er studierte von 1993 bis 1998 Schauspiel an der Akademie für Theater, Radio, Film und Fernsehen in Ljubljana und besuchte 1997 Dekasekunden Lee Straßberg Theater Institute und HB Studio in New York, wo er mit Uta Hagen zusammenarbeitete. Nach Ende seiner Schauspielausbildung wurde Mendig Ensemble Mitglied des slowenischen Nationaltheaters Drama in Ljubljana. Dort erschien er seitdem sowohl in klassischen Stücken von Euripides, Ibsen, Rosin, Shakespeare und Tschecho, als auch modernen Stoffen wie Trainspotting, Hanif-Kuray, Schiss-Outskirts oder Martin-Sperch-Jagd-Szenen aus Niederbayern. Erfolg war Mendig 2002 beschieden, als er für seine Darstellung des Christian in Thomas Winterbergs das Fest und für die des Jagd-Tinker in Sarah Keynes gesäubert erstmals mit dem slowenischen Borstnik-Preis als bester Theaterschauspieler des Jahres ausgezeichnet wurde. Drei weitere Male gewann er die Auszeichnung 2007 für Ivan Känkers romantische Seelen und seinen Polyboss in I.V. aus Vetinas Oedipus in Korinth, 2008 für seinen Graf vom Strahl in das Käthchen von Heilbronn und 2009 für die Titelrolle des Macbeth nach Heiner Müller. Ebenfalls im Jahr 2009 erschien Mendig in der Solo-Performance Viva Mendig, in der sein beruflicher Aufstieg durch Video-Installationen dargestellt wird. Im selben Jahr erhielt er mit dem Preis der Präserin-Stiftung eine hohe künstlerische Auszeichnung Sloweniens. Parallel zu seiner Arbeit im Theater erschien Mendig seit Mitte der 1990er Jahre auch in slowenischen Film- und Fernsehproduktionen, darunter Igor Sturks international preisgekröntem Kino-Debüt Express Express. Seine erste Hauptrolle in einem Spielfilm bekleidete er in Miran zu Panics Barabe, in dem er an der Seite von Katharina Stegner den Anführer einer kriminellen Bande spielte. Weitere Hauptrollen folgten, darunter der Fernsehfilm Vladimir, der Kurzfilm Flasnost 81% sowie Winko Möderndorfers Spielfilm Pokrajina seingt. Zwei, in dem Mendig ein Gemälde-Deb spielt, der von seinem einstigen Lehrmeister verfolgt wird. 2007 wurde Mendig auf den 57. internationalen Filmfestspielen von Berlin gemeinsam mit Schauspieltalenten wie dem deutschen Maximilian Brückner oder der Französin Melanie Laurent mit dem Shooting-Star-Wartpreis gekrönt. Einem deutschen Fernsehpublikum wurde Mendig erstmals durch Drorza-Haves-Spielfilm Zivilcourage bekannt, in dem er gemeinsam mit Arnel Taki ein skrupelloses und verwaistes Brüderpaar aus dem Kosovo spielte. Noch im selben Jahr erschien er in Dominic Grafs im Angesicht des Verbrechens. Im von der Kritik hochgelobten Krimi-Mehrteiler war Mendig als Joska Bodrov zu sehen, loyaler Capo einer osteuropäischen Verbrecherbrigade. Der Part brachte ihm gemeinsam mit dem übrigen Schauspielensemble um Marie Bäumer, Miesel Matissewitz, Max Riemelt und Ronald Zerfeld den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Besondere Leistung Fiktion ein, während im Angesicht des Verbrechens als bester Mehrteiler ausgezeichnet wurde. Ab 2011 übernahm Mendig die wiederkehrende Rolle des Mateikos in der Serien A-Thera-PG mit Igor Samoboy in der Hauptrolle. Dabei handelt es sich um eine slowenische Version der US-amerikanischen Serie In Treatment, der Therapeut. Marco Mendig lebt in Ljubljana. Er ist mit seiner ein Jahr jüngeren Schauspielkollegin Pia Zemljic verheiratet. Theaterstücke, Filmografie, 1996, Express Express, 1999, Zitka, 2001, Barabe, 2002, Vladimir, 2004, Flasnost 81%, 2007, Weiken Paket, 2008, Pokrajina Sankt, 2009, Z.A. Connect Casa, 2010, Zivilcourage, 2010, Im Angesicht des Verbrechens, 2010, Necke-Drag-Preis, 2010, Prepisani, 2011, Natera-PG, 2013, Lose-Your-Hat, 2013, Gold, 2016, Auf kurze Distanz, Auszeichnungen, 1997, Preseren-Studenten-Preis, 2002, Borstnik-Preis als bester Theater-Schauspieler für Alle Celebration und Glänzt, 2002, Seva Jeva-Preis, 2007, slowenischer Shootingstar bei den internationalen Filmfestspielen Berlin, 2007, Borstnik-Preis als bester Theater-Schauspieler für Romantische Seelen und Oedipus in Korinth, 2008, Borstnik-Preis als bester Theater-Schauspieler für Das Kädchen von Heilbronn, 2009, Preseren-Preis für seine Schauspielrollen der zurückliegenden zwei Jahre, 2009, Borstnik-Preis als bester Theater-Schauspieler für Macbeth, 2010, Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie Besondere Leistung Fiktion für Im Angesicht des Verbrechens, 2011, Judite-Preis für das Theaterstück Ma und All, 2012, Satir-Preis für das Theaterstück Ma und All.